Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Trophäen-Guide zu Resident Evil Village und wir holen uns gleich zwei Trophäen hier am Stück und zwar zum einen die Grill-Saison und zum anderen Abstand-Bitte. Abstand-Bitte habt ihr wahrscheinlich schon eventuell im Gameplay von ganz alleine bekommen, nur es passt hier einfach wahnsinnig gut mit rein und deswegen im Video mit drin, ihr könnt das Ganze erst machen, nachdem ihr Moro besiegt habt. Ganz, ganz wichtig, weil dann habt ihr hier diese Kurbel und mit der Kurbel könnt ihr die Brücke runterlassen. Das ist also schon mal ganz, ganz wichtig zu wissen, vorher geht das nicht. Ihr braucht diese Kurbel, die ihr von den Windmühlen bekommt und dann könnt ihr hier diese Brücke herunterlassen und damit kommen wir zu einem Boot und mit diesem Boot können wir in zwei verschiedene Richtungen fahren. Fluss abwärts, ich nenne es einfach mal flussabwärts, aber ich glaube, das ist korrekt, gibt es ein Sammelobjekt und flussaufwärts wiederum gibt es Schätze. Schätze, gibt es richtig Kohle und vor allem gibt es richtig Trophäen. Das ist das Wichtige, das ist der Grund, warum wir hier sind. Gleich noch der Hinweis obendrauf, wenn ihr auf die Karte guckt. Ich habe das nicht mit reingehauen, nur sicherthalber auf der gegenüberliegenden Seite, da ist noch eine Brücke im Weg, gibt es nochmal einen Brunnen, wo ihr euch dann wieder einen Schatz besorgen könnt. Auch ein wertvolles Item, solltet ihr auf alle Fälle machen. Deswegen ganz wichtig, der Hinweis gegenüber den Brunnen erkunden. Dort gibt es ein kleines Quick und Dirty Rätseln, nichts Großartiges, da seht ihr die Brücke ganz kurz im Bild. Wir gehen aber hier oben rein, hier oben. Das ist der Raum, wo wir rein wollen und hier haben wir eine wunderbare Möglichkeit für die Grill-Saison. Ich weiß nicht ganz genau, ob es im Spiel noch andere Möglichkeiten gibt. Ich glaube nein und deswegen ist es gut, dass wir hier sind. So, da in der Mitte um das Feuer geht es, denn wir möchten das Feuer auf einen Gegner verteilen. Dazu müssen wir halt diesen Kübel mit dem Feuer bewegen. So machen wir erstmal Lampe 1 an und Lampe 1 bedeutet auch, dass die Tür neben uns aufgeht. Und da aus diesem Loch kommen dann Gegner heraus und zwar unendlich. Das bedeutet, ihr habt also auch unendlich die Möglichkeit, das Ganze zu machen, falls es irgendwie schief geben sollte und das Spiel war auch klug und gibt uns keine Belohnung für das Töten von Gegnern, denn sonst könnten wir hier ohne Ende farmen. So, Grill-Saison freigeschaltet, der Kerl ist am Brennen. Das war das Entscheidende, worum es hier geht. Aber wir machen jetzt noch ein kleines bisschen weiter und zwar kümmern wir uns um den Schatz, den es hier noch im hinteren Raum gibt. Wir müssen erstmal hier auch noch den zweiten Ständer hier erleuchten. Dann geht die Tür dort auf und dort gibt es eine Menge, Menge Kohle. Nehmt die auf alle Fälle mit. Habe ich jetzt hier im Video, glaube ich, rausgeschnitten, die Stelle, wo ich das Geld da aufhebe. Ihr habt gesehen, die Geldsäcke dort auf dem Tisch, die auf alle Fälle mitnehmen. Und jetzt holen wir uns noch die Trophäe. Abstand bitte, wie gesagt. Ich denke, die habt ihr schon. Und zwar, wenn ihr einen Gegner blockt und anschließend wegstoßen tut, dann gibt es die Trophäe hier, da das Lichtlein muss noch brennen. Das Lichtlein muss noch brennen, damit hinter uns die Tür zum Schatz aufgeht. Und das machen wir halt wieder, indem wir uns einen weiteren Gegner hier ranholen, den entzünden und dann in den Ständer da hineinstoßen. So nennen wir es einfach. So, da kommt wieder einer. Den müssen wir jetzt wieder entzünden. Brennt er, ich glaube, ja? Ja, sieht gut aus. Und jetzt warten wir drauf, dass er halt kommt, blocken ihn und stoßen ihn dann hier hinein, sodass er das Gerät dort entzündet. Und dann können wir hinter uns ran an den Schatz. Das ist das ganze Geheimnis dahinter. Mehr ist nicht zu tun. Beim ersten Mal haut das hier gleich nicht hin. Spoiler-Alarm. Aber beim zweiten Versuch dann auf jeden Fall. Deswegen ruhig schön gerade. Aber der Gegner sitzt irgendwie leider hier so ein bisschen nach rechts weg. Also nochmal das Ganze. So. Schön ein bisschen blocken. Nun greifst du schon an, mein Junge. So, da kommt der Angriff. Da kommt das Wegstoßen. Und Abstand bitte freigeschaltet. Und vor allem der Raum mit dem Schatz hinter euch hat sich geöffnet. Ihr könnt dort das wertvolle Loot mitnehmen. Und das war's hier. Wenn das kleine Video gefallen hat, denkt an den Daumen nach oben. Würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. So long with me. Keep a gaming. Meier Akudi.